So, schönen guten Abend Leute, beziehungsweise Freunde, Follower, forbidden.schwecker.info, ja, it is forbidden, das heißt, es ist verboten, Erpresser, Lügner, Hater, Paragrafen, die helfen können im deutschen Gesetz, Notwehr, Volksverletzung, Erpressung, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung, Bedrohung, Doxing, verteidigt euch, Sklaverei ist seiner Unentscharta, auch verboten, weltweit, Meldungen, Hinweise, Verfassungsschutz, hier, manche betreiben Agitation, Zersetzung und Subversion auf forbidden.schwecker.info, die wichtigsten Paragrafen, mal verlinkt, ja, und, ja, schauen wir mal rüber auf meinen Blog und da ist der Beitrag vom 3. März 23 Podcast vom Staat Bayern, das ist dann mal hier dieser, 14. Punkt, Hacker, Erpresser und Spione im Netz, was tun? Da eine Cyberallianz Zentrum, Verfassungsschutz, der Link hier, da müsstest du suchen, Podcast vom Staat Bayern, Podcast vom Staat Bayern, und dann kommt ihr auf die Seite, kommt dann aber in die Beschreibung. Cybercrime, Erpressung, Hate Speech, Cybermobbing, Cybersicherheit, so, einhalten, versuchen, die Netiquette, dann die Homepage, den Datenschutz beachten, es gibt eben auch verbitten, die Straftat, Bestände, und hier habe ich es nochmal, Hass im Netz, Hate Speech kann jeden treffen, das ist dann der Link, 16, der nächste Podcast, Massenerscheinung, Cybermobbing, unverantwortliche Kommentare bis gesundheitlichen Beeinträchtigungen auslösen, Schadenfeuernde, Morddrohungen, Rufmord, eine physische Gewalt, die der, psychische Gewalt, die der physischen scheinbar nicht unterscheidbar gegenüber wahrgenommen wird, es kann jeden treffen, es sind wie Hasexzesse zu berichten, Maßnahme, blockieren, distanzieren, die Anonymität, versuchen zu durchgehen, Sozialkontrolle, ich veröffentliche gerne unter folgenden Prämissen, erstens beim Sozialumfeld, Familie, Mutter hat es erlaubt, Gesetz einhalten, Staat im Rahmen der Meinungsfreiheit, und Intoleranz der Community, allgemeine Wahrnehmung im Internet, Netzwerk, dass man nicht zu stören auffällt, bis Minute 13 geschrieben, für ein Mindestmaß an Respekt gegenüber Mitmenschen, etwas Musik, und dann blende ich nochmal rüber auf den neuesten Blog-Eintrag, also wir haben das, das wird verlinkt, das und das, Einig und Dualität, die Wirtschaft und ein Unternehmen, 5. Mai 2023, das ist der aktuelle Blog-Eintrag, gleichgültig, reich und arm, drei dieser Sachen, dieser vom Think Tank, innet-economics.org, the law of capitals, the web, america, faust, everyone, und dann haben wir meinen U711, mein alter Wagen, für diese Seite, die pflegt, also einen Link auch auf dem Golf 1 verlinkt, auf tolle Videos, und hier noch ein Link, U711, über den Zusammenhang dieser Kombination, eigensclubs, a, Cracker-Info, club-a.cracker.info, geistähnliche Finden, Ebenbilder, Andreas Elesset, exzellent, gerade der Cracker-Info, das ist mehr für meine Brüder, ja, ich habe Geschwister, Brüder und Schwestern, so, und ich tue mich dann manchmal gerne um, auf v.cracker.info, täglich schaue ich da nach vorsortierten Links, was gibt es Neues? Das ist hier, diese Links und weiter runtergescrollt, wunderbar, die Selling auf 1.5 ist noch zu bemerken, das A, Netzwerk 5% soll es bedeuten, also, gehabt euch wohl, dieser Tage, ich mache dazu noch eine extra Beschreibung, bis dahin, gehabt euch wohl.